Breaking News, CZ, der Gründer von Binance, seit sechs Jahren an der Spitze, tritt zurück und bekennt sich als schuldig, gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben und Binance muss satte 4,3 Milliarden Dollar an Strafen zahlen. Das sind wahrscheinlich im Kryptomarkt, seitdem wir den Ausfall von FTX bekommen haben und den Scam von Sam Bankman-Fried bekommen haben, die bullischsten und zugleich bärischsten News, die wir haben können. Die einen behaupten, es ist der Beginn eines neuen Bullenmarktes. Alle negativen Zeichen sind aus dem Fenster und nichts bleibt mehr im Wege unserer ETF-Zulassung. Die anderen behaupten, das ist ein Ende einer Ära, was noch mehr Probleme und Sorgen für den Kryptomarkt bedeuten wird. Und erst der Anfang dahingehend, was uns im Kryptomarkt jetzt an regulatorischen Hürden bevorsteht, für die Altcoins, für andere Kryptobörsen, für uns als Nutzer und vor allem auch für den Markt an sich, ob es jetzt nach oben oder nach unten geht. Wir schauen uns das heute gemeinsam im Video an. Wir schauen uns die ganzen Details zur Situation an, über die hier aktuell keiner so richtig spricht, was für Folgen eigentlich Binance hätte, wenn sie das nicht akzeptiert hätten, was jetzt theoretisch mit Binance passiert, ob Binance in der Lage ist, das einfach locker easy zu zahlen und warum es doch nicht vielleicht ganz so locker easy für Binance aussieht, obwohl sie 66 Milliarden Dollar in Assets haben, diese 4 Milliarden einfach mal so wegzublättern und geht dem Markt die Puste aus, kommt genug Liquidität rein oder haben wir jetzt erstmal ein lokales Top in dieser Aufwärtsbewegung erreicht oder ist es so, wie die anderen eben behaupten, der Beginn eines neuen Bullenmarktes. All das in der heutigen Folge Krypto-News. Falls du noch auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da. Hier findest du alles rum, das Thema mit Kryptowährung, Makroökonomie und Wirtschaft und dann würde ich sagen, let's do this! Ja Freunde, heute mal wirklich Breaking, Breaking News. Ich wollte sowieso ein Video heute drehen, da hat sich das eigentlich ganz gut getan, aber die Ereignisse, es ist und fühlt sich so ein bisschen für mich an, wie damals als FTX untergegangen ist. Ich möchte damit nicht sagen, dass Binance jetzt untergeht. Nichtsdestotrotz direkt voran solltet ihr Gelder auf irgendwelchen dieser Börsen haben, beispielsweise Binance oder jetzt auch Kraken. Über die Börse werden wir auch sprechen, weil die Börse wurde auch angezeigt von der SEC. Nicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal und auch nicht nur dafür, dass sie illegale Wertpapiere handeln, sondern auch dafür, dass die Customer Funds co-mingeln, also dasselbe, was FTX gemacht hat, mit den Geldern der Nutzer falsch umgehen. Deshalb einfach als Sicherheitsmaßnahme hier an dieser Stelle, jeder, der dieses Video schaut, nimmt das Geld von diesen Börsen Binance Kraken, auch wenn sie sicher erscheinen mögen. Selbst wenn sie sicher am Ende sind, habt ihr nichts zu verlieren, wenn euer Geld erstmal auf einer anderen Wallet liegt. Grundsätzlich sollte man sowieso sein Geld nicht auf egal welcher Börse lagern, das haben wir damals bei FTX gelernt und der Markt, der ist gerade verwirrter denn je. Erst Crash runter auf die News, dass eben Binance 4 Milliarden zahlen muss, dass CC potenziell aus dem Markt genommen wird. Dann kam die Neuigkeit, CC gesteht sich als schuldig ein. Er liefert sich quasi selbst aus, woraufhin der Markt dann angestiegen ist, in Antizipation und Hoffnung, hey, jetzt ist doch das Negative weg, jetzt können wir uns doch auf das Positive konzentrieren und jetzt scheint ein bisschen Realisation eingetroffen zu sein, dass diese Nachricht nicht eindeutig positiv oder eindeutig negativ zu deuten ist. Man muss wirklich zwischen den Zeilen lesen, deswegen dieses Video wirklich ein sehr, sehr wichtiges Video. Schaut dieses Video wirklich unbedingt bis zum Ende. Wenn es eine Sache gibt oder ein Video gibt, was ihr zum Thema Kryptowährung im November oder jetzt in dieser Woche schaut, dann sollte es dieses Video sein. Deswegen würde ich sagen, ich werde auch jetzt nicht versuchen, viel drum herum zu reden. Am Ende des Videos gibt es nochmal zwei kleine Ankündigungen. Wir suchen Moderatoren für die Livestreams, die bald starten werden. Wie ihr euch da bewerben kommt, kommt am Ende des Videos. Plus, es wird einen Wettbewerb geben, bei dem jeder Geld verdienen kann, indem er Kurzclips von diesem Kanal erstellt, auch wie das Ganze funktioniert, am Ende des Videos. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit der Tatsache an dem, was hier passiert ist. Sisi tritt zurück, habe ich ja jetzt gerade schon gesagt, gibt seine Führungsrolle auf und gesteht, gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben. Ihr wisst ja, wir kennen Sisi mittlerweile schon länger auf diesem Kanal. Das ist jetzt nicht etwas, was Sisi einfach aus eigenen Stücken und Willen wahrscheinlich gemacht hat, sondern hier ganz klar in die Ecke gedrungen wurde. Und die Timeline von dem Ganzen, da gehe ich einfach mal auf mein Twitter-Profil, weil ich habe alles relativ zeitnah kommentiert und gepostet. Die Timeline ist sehr, sehr interessant, denn das Ganze kam erst langsam schleppend, dann plötzlich explosiv und hintereinander am Stück. Das Ganze beginnt erstmal damit am 20. November, dass durch einen Leak, noch nicht durch offizielle Quellen, das war übrigens gestern Abend hier, herausgekommen ist, dass Amerika oder beziehungsweise das DOJ, wenn hier vom DOJ gesprochen wird, einmal googeln reicht aus, das ist das Justizministerium der Vereinigten Staaten. Die hatten ja zuletzt im letzten Jahr Binance angeklagt, wegen ganz, ganz vielen sehr, sehr negativen Dingen. Da haben wir auch ein Video darüber gemacht, auf diesem Kanal. Unter anderem gegen Sanktionen verstoßen zu haben, Geldwäschegesetze, auch teilweise Customer-Funds falsch behandelt zu haben. Also die Klage gab es schon vom Justizministerium der Vereinigten Staaten. Und jetzt kam dann gestern der Leak raus, 4 Milliarden Dollar soll Binance zahlen, um dieses Gerichtsverfahren einzustellen. Das wurde dann auch hier schon bereits positiv, teils negativ gedeutet. Aber es war ja in dem Moment erstmal ein Leak und der Markt ist erst eingekracht und ist dann direkt aber wieder nach oben gestiegen. Was ich dazu gesagt habe damals auf Twitter ist, es juckt den Bitcoin nicht und es fühlt sich an wie ein Bullenmarkt, denn wir haben gute News, die zu einem Pump sorgen. Wir haben schlechte News, die zu einem Pump sorgen. Diese News, ohne die jetzt in irgendeiner Weise zu deuten, weil es war ein Gerücht von Bloomberg. Zu dem Zeitpunkt noch, jetzt ist es bestätigt, aber zu dem Zeitpunkt noch, wie soll man das bitte positiv oder negativ deuten? Da gibt es Gründe für und Gründe dagegen. Was dann aber danach gekommen ist, ist die Klage gegen Kraken. Und zwar Kraken, für die, die das nicht wissen, auch eine sehr, sehr große, sehr, sehr lange bestehende Kryptobörse und auch eine der wohl, wie man behaupten würde, sichereren Kryptobörsen. So wie FTX damals als eine der sichereren Kryptobörsen behandelt wurde oder bezeichnet wurde von Regierungsbehörden, wie beispielsweise dem Staatsfonds von Singapur oder auch Gary Gensler, der gesagt hat, Sam und FTX sind die einzelnen Erwachsenen im Raum. Das muss man sich an dieser Stelle erinnern. Ist Kraken auch eine der Börsen, wo man sagt, ja, die haben Lizenzen in Amerika, die sind sicher. Aber Kraken hat auch direkt eine Anklage bekommen, wieder wegen etwas, was Kraken schon länger und vorher hatte, und zwar das Operieren einer illegalen Kryptohandelsplattform, ohne sich zu registrieren. Da ist ja die ähnliche, gleiche Klage, die Coinbase auch hatte, wo gesagt wird, ihr betreibt hier ein illegales Wertpapiergeschäft quasi. Ihr habt Tokens, die Wertpapiere sein können, die ihr illegal hier verkauft oder den Handel ermöglicht, ohne eine passende Lizenz zu haben, wo dann Coinbase und Kraken und die ganzen anderen Plattformen sagen, hey, ihr ermöglicht uns gar nicht, diese Lizenzen zu kriegen. Was erwartet ihr von uns? Und ihr stuft ja das auch nicht eindeutig ein. Und das ist erstmal nachvollziehbar. Und das ist auch, würde ich sagen, jetzt nicht der gefährliche Teil hier an diesen News, sondern der gefährliche Teil ist, dass Kraken zudem vorgeworfen wird, Customer Assets, also Kunden- und Unternehmensgelder, vermischt zu haben mit ihren eigenen Geldern. Und dann ist dort die Frage, ähnlich wie bei FTX, gehen die damit gut um, schlecht um? Geben sie es für andere Dinge aus? Das weiß man am Ende des Tages dann ja nicht. Selbst wenn sie ein Proof of Reserve haben. Allein nicht diese Schlagzeile. Ich will da auch nicht zu viel reindeutigen. Ich will auch kein FUD verbreiten. Aber FTX wurde damals auch als eine der sichersten Plattformen betrachtet. Nicht nur von mir, von vielen unabhängigen Personen. Deswegen geht dieses Risiko nicht ein. Ich benutze Kraken und habe Kraken benutzt, habe da aber kein Geld liegen, sondern lediglich on-off-ramp mal was traden, mal was kaufen, mal was verkaufen, aber nie um Geld zu speichern. Und ich benutze auch BitGet, die Plattform, die ich aktuell meist benutze zum Traden, nicht um Geld liegen zu lassen und zu speichern, weil man kann es nie wissen bei keiner Börse, das hat uns ja das letzte Jahr gezeigt, sondern meine Hardware-Wallets. Zu Kraken kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Gehen wir jetzt weiter auf die Timeline an. Da kam dann erstmal lange Zeit nichts. Bis dann heute, vor drei Stunden rauskam, DOJ to announce Cryptocurrency Enforcement Actions. Das heißt, Bloomberg kommt jetzt einen Tag später raus und sagt, dass das Justizministerium um 15 Uhr ET Eastern Time, das ist bei uns 21 Uhr deutsche Zeit, eine bedeutende Aktion ankündigt gegen Kryptowährungen. Beziehungsweise was Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben könnte. Und das ist das Interessante, die Besetzung der Ankündigung, wenn man sich das mal anschaut, Merrick Garland, Janet Jellen, Lisa Monaco, interessanter Nachmahmer, und Rosten Bienen. Alles Personen, wo man ganz klar sagen kann, die Haltung gegenüber Kryptowährungen ist hier keine positive. Gary Gensler fehlt überraschenderweise. Also er klopft sich hier scheinbar nicht auf die Schulter, sondern Janet Jellen, die sagt wahrscheinlich dann, hey, wir haben etwas geschafft, wir haben etwas unternommen, wir schützen die Anleger. Und da habe ich schon dazu getweetet und da war auch noch nicht klar, dass es sich hier um Binance handelt. Da ging es nur um Krypto, wie ihr hier sehen könnt, dass ich gesagt habe, hey, den Berichten zufolge davor vom Vortrag, dass Binance 4 Milliarden zahlen soll, würde es mich nicht wundern, dass es dabei um Binance geht. Zudem hat sich auch der Gründer CZ nicht mehr geäußert zu der Situation. Und in Vergangenheit gab es eine ähnliche Situation gegen die Börse Bits Lato, wo dann auch so eine Ankündigung kam und dann der Gründer abdanken musste, plus die Börse Strafe zahlen musste. Und dann eine Stunde später in der Timeline kam es raus, es ging um Binance, sie werden etwas in Sachen Settlement, das heißt Einigung dieser Klage verkünden. Und Einigung wird dann direkt auch erstmal von anderen Marktteilnehmern als positiv eingeschätzt. Oh, sie haben sich geeinigt, ist doch was Positives. Für mich war an dem Zeitpunkt klar, dass diese Einigung passieren muss. Warum? Da habe ich diesen Tweet hierzu verpasst. Binance wurde nämlich sehr, sehr stark hier in die Engel gedrückt. Zitat und Quelle, hier ist ganz klar John Reed stark. Ich habe das in meinem Tweet hier einfach nur zusammengefasst, was er sowieso schon in einem wirklich ellenlangen Tweet hier geäußert hat. Und zwar sagt er, dass Binance durch eine sogenannte DPA, das was sie jetzt auch eingegangen sind, eine strafrechtliche Verfolgung vermeiden können. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Binance strenge Auflagen erfüllen muss, massive Geldstrafe zahlen muss, haben sie ja jetzt sich geeinigt, Unternehmensreformen durchführen. Und, das ist das Interessante, vollständige Transparenz zeigen muss. Und das ist natürlich was extrem, ja, schwieriges für eine Börse wie Binance, die sechs Jahre lang komplett versteckt und verheimlicht hatte, was dort hinter den Kulissen eigentlich passiert. Und, ich habe dazu geschrieben, dass DPA ist wie ein Damoklesschwert. Binance verpflichtet sich zur Kooperation, sonst droht die Wiederaufnahme der Anklage. Die Herausforderung dabei, die Umsetzung ist alles andere als einfach und kommt einer finanziellen Darmspiegelung gleich, die dann eben auch sogar 24, 365 Tage andauert. Das würde grundsätzlich erstmal kein so großes Problem darstellen, wenn die Börse wirklich solvent ist, wenn sie wirklich die Kundengelder gut behandeln. Das würde erstmal grundsätzlich kein so großes Problem darstellen, wenn die Börse wirklich legitim ist und die Kundengelder gut behandelt werden. Aber, wenn sie es nicht sind, dann können sie es nicht eingehen und dann müssen sie trotzdem Geld zahlen und müssen trotzdem wahrscheinlich ins Gefängnis und dann gibt es noch mehr große Probleme, weil wenn sie das Geld dann auch nicht zahlen können, diese 4 Milliarden, kann es sein, dass die Kundengelder nutzen müssen und Kunden Bitcoins verkaufen müssen. Und diese Gefahr, die schauen wir uns gleich auch nochmal isoliert an, ob denn Binance in der Lage sein wird, weil wir wissen ja jetzt, sie müssen 4 Milliarden zahlen, sie haben sich darauf geeinigt, diese 4 Milliarden überhaupt zu zahlen und ob das die Kunden potenziell einen Bitcoin-Abverkauf auslösen könnte und so weiter. Dazu kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber es war klar, die Lage ist heikel und für mich war klar, das geringere Übel ist hier, wenn sie sagt, hey, nehmt mich ins Kreuzfeuer, ich gehe und danke ab, als dass ich jetzt hier versuche, mich irgendwie zu verstecken, denn er kann sich nirgendwo verstecken auf der Welt. Am Ende geht die Plattformpleite an diesen Strafzahlungen und er landet trotzdem im Knast. Deswegen war es einfach logisch und spieltheoretisch besser für ihn hier zu sagen, ich kooperiere. Um nochmal zur Timeline zurückzukommen, es ist dann klar gewesen, dass Binance sich scheinbar geeinigt hat, aber es war noch nicht klar, in welchem Ausmaß und ob das positiv oder negativ ausgeht, das habe ich damals schon getweetet, hängt wohl an der wahren Solvenz von Binance ab, also ob sie das Geld haben, eben diese 4 Milliarden zu zahlen, ohne dass irgendetwas passiert. Wie gesagt, darauf kommen wir gleich zu sprechen, gehen wir jetzt nochmal weiter in der Timeline, denn dann ist es rausgekommen, beziehungsweise noch nicht ganz rausgekommen, dann hieß es erstmal, es gibt Gespräche darüber, dass CZ, der Founder von Binance, zurücktreten soll und dann war es offiziell, er wird zurücktreten, er beginnt sich als schuldig und er muss 4,3 Milliarden Dollar zahlen, beziehungsweise Binance muss er zahlen, plus, das ist hier ein interessanter Nebenfact, er behält die Mehrheitsanteile an Binance, ich habe dazu geschrieben, ein Wendepunkt, unklares Signal für die Branche, habe auch diesen Tweet hier dazu gepostet, den habt ihr am Anfang vom Video gesehen, habe ich den eingeblendet, dieses Video von CZ, fand ich ganz lustig, ein interessanter Wendepunkt, eine Ära, die hier zu Ende geht, warum und wie ich das meine, da muss ich jetzt einmal im Detail nochmal drauf eingehen, denn das, was viele hier sagen, als der größte, wahrscheinlich bullische Katalysator, ich übersetze mal diesen Tweet hier, der Risikoabbau bei Binance ist einer der größten Katalysatoren, die wir im Kryptobereich haben könnten, Krypto ist nach einer Einigung über 4 Milliarden Dollar eine echte oder saubere Branche, CZ macht einen lang ersehnten Miami-Urlaub, a la Arthur, hier wird auf Arthur Hayes eingegangen, der ehemalige CEO von BitMEX, wo ja auch ein ähnliches Verfahren damals vom letzten Bullenmarkt stattgefunden hat, der sich ja auch dann bekennen musste und diese Strafe zahlen musste, der Markt steigt, ETFs werden im Januar genehmigt und die Republikaner gewinnen die Wahl in 2024, was uns dann dazu hilft, dass Krypto-Gesetze und eine Regulierung in den Raum kommt, also alles doch super bullisch, das größte Risiko, dass CZ und Binance pleite gehen, wie FTX und Sam damals ist aus dem Raum und die ganzen Assets der Nutzer sind sicher, zumindest ist das die Seite dieser These und ich muss sagen, ich glaube persönlich, wenn hier tatsächlich, und das kann ich jetzt schon vorab sagen, bevor wir uns das genau im Detail anschauen, wie viel Geld Binance eigentlich hat und was das für Auswirkungen hat, wahrscheinlich können wir am Kurs aktuell schon erkennen, auch wenn es ein Up gab, auch wenn es ein Auf wieder gab und auch wenn sich das Ganze wieder retraced hat, dass wir wahrscheinlich nicht so einen Fall wie FTX 2.0 sehen und hier 60 Milliarden oder was sind das, 66 Milliarden an Kundengeldern dann plötzlich weg sind und ein langer Insolvenzprozess, übrigens zum FTX Insolvenzprozess, das Gute an der Situation ist, dass die Claims auf den Aftermarket bei dem FTX Insolvenzverfahren jetzt schon bei knapp 70 Cent traden, was heißt das? Das heißt, dass Unternehmen, Institutionen von Leuten wie uns unsere Claims abkaufen für 70 Cent auf den Dollar. Das heißt, 70% von unserem Geld kann man sich theoretisch jetzt jederzeit zurückholen in diesem Aftermarket, was ich niemandem empfehlen würde, weil da gibt es auch viele Scammer, man weiß nicht, ob das legit ist, plus wenn diese Leute euch das für 70% abkaufen wollen, dann liegt das daran, dass sie Informationen haben, dass sie sich sicher sind, dass sie hier nochmal diese 30% auf die 100%, vielleicht sogar noch mehr potenziell, verdienen können. Also da sieht es gut aus, um das mal hier nebenbei noch reingeworfen zu haben, aber kommen wir zum Geld, ist das wirklich hier das einzig mögliche positive Szenario und das sehe ich tatsächlich gar nicht so eindeutig. Das muss ich hier ganz klar an dieser Stelle sagen, denn Binance hat zwar 66 Milliarden Dollar an Assets getrackt, so öffentlich in ihren Wallets auf den ganzen verschiedenen Blockchains, aber das sind natürlich größtenteils ihre Nutzer-Asset und Binance hat ja ein Proof of Reserve, was sie so öffentlich preisgeben, ob das 100% legit ist oder nicht, muss man dann am Ende des Tages selber verifizieren, kann man hier auch, ist ja auch alles angegeben. Das Interessante hier ist, da können wir dann erkennen, dass Binance gar nicht so viel Überschuss hat, weil Binance kann es ja nicht von den Nutzergeldern zahlen, sie können ja nicht hergehen und sagen, hey, wir haben hier 15 Milliarden Dollar an USDT von unseren Nutzern, wir nehmen mal jetzt 4 und zahlen die, weil sonst würde die ganze Börse theoretisch einkrachen können und Amerika, die Vereinigten Staaten, wenn sie dann einen Blick in die Transparenz kriegen, würden das Ding direkt schließen, die ganzen Nutzergelder wären erstmal weg. Komplette Katastrophe. Vielleicht war das auch das Ziel von Amerika. Wer weiß, aber sie müssen das Geld, den Überschuss, das was sie an Profiten noch übrig haben, nehmen und verwenden. Und ich bin mir sicher, eine Plattform wie Binance, die nirgendwo auf dieser Welt gut gesehen ist, hat, und das ist hier die Annahme, die viele haben, die sagen, hey, Binance hat doch über Jahre hinweg so viel Geld verdient. Sie, Sie, das muss man wohlgemerkt hier sagen, dieser Mann hier war der Mehrheitsanhaber lange, lange Zeit, sechs Jahre seitdem es Binance gibt, von dieser Plattform. Der hat sich mit Sicherheit sehr, sehr viel von diesem Geld in die Tasche gesteckt. Deswegen glaube ich auch, diesen ganzen Zahlen, die dann online stehen, 12 Milliarden, 20 Milliarden Profiten, absolut nicht, denn Binance hat keine guten Banking-Kontakte auf der Welt. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein großes Problem gewesen sein, für CZ selber, seine eigenen Funds überhaupt in Bankkonten rauszufunneln, sondern er hat wahrscheinlich auch den größten Teil seines Networks, so wie er es auch übrigens behauptet immer wieder, in Bitcoin, in USDT, in Stablecoins oder auch in seinem eigenen Token, wobei ich das eher anzweifle. Aber wie auch immer, das was wir erkennen können ist, dass von allen Stablecoins, die Binance hat und mit dem Überschuss, den sie haben, sie ungefähr 3 Milliarden Dollar an Überschuss in Stablecoins haben. Und das sage ich nicht nur so, das könnt ihr selber nicht nur nachrechnen, wenn ihr hier die ganzen Stablecoin-Ratios zusammenrechnet, dann schaut Customer Balances und Binance Net Balances, das dann abzieht, sondern wir haben ja eine interessante Quelle und zwar Connor Rogan, das ist der Director von Coinbase, der hat das nämlich einmal ausgerechnet, hier in einer schönen Spreadsheet-Datei und wie wir erkennen können, der hat hier die Customer Funds und Binance Balances zusammengenommen, einfach drüber gerechnet und ist zu dem Entschluss gekommen, Stablecoins 3,2 Milliarden Dollar. Das ist jetzt immer noch eine Milliarde zu wenig, ungefähr 1,3 Milliarden oder 1,2 Milliarden zu wenig, um diese Strafzahlung zu zahlen, selbst wenn sie ihr gesamtes Geld plündern würde und man muss auch wohlgemerkt sagen, Binance braucht ja auch Geld, die haben ja auch tausende von Mitarbeitern, um ihr Business am Laufen zu lassen. Er sagt aber, das inkludiert nicht Off-Chain-Cash-Balances oder Funds in Wallets, die nicht im Proof of Reserve sind. Ich glaube nicht, dass Binance irgendwelche Wallets hat, die nicht im Proof of Reserve sind. Das sind dann wahrscheinlich die Wallets, die sie selber gehören, wenn er das dann verwenden möchte, um hier die Gelder auszugleichen. Aber 3,2 Milliarden in Stables in Besitz von Binance ist schon mal etwas Positives. Die restlichen Milliarden, er sagt, da werden sie keine Kryptoverkäufe machen müssen. Sie haben nämlich 6,3 Milliarden in Krypto, das heißt, sie können hier auf jeden Fall ein paar ihrer Kryptos verkaufen. Er sagt, sie müssen es nicht verkaufen. Das ist jetzt der Punkt, in dem man sich eben nicht einig ist oder in dem ich mir nicht sicher bin. Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden wahrscheinlich einen Teil ihrer Kryptos verkaufen müssen. Und wenn wir uns das anschauen, die größten Positionen hier in ihren Kryptos sind Bitcoin, Ethereum, BNB größer als ihre Bitcoin Position. Das heißt, ob hier der BNB Token in Gefahr gerät, bin ich ziemlich sicher. Aber notfalls müssen sie halt ihre Bitcoin verkaufen, weil das ist der liquideste Markt. Ethereum auch der liquideste Markt, den sie haben. BOSD haben sie noch eine Menge, aber dann wird es halt auch schon relativ flach. Die ganzen anderen Tokens sind alle nicht so liquide und ähnlich, eine ähnliche Situation wie damals bei FTX. Das heißt, die Hoffnung ist hier von diesen ganzen Leuten, die hier sehr, sehr bullish sprechen, dass Binance das hinkriegt, dass Binance das stemmt ohne irgendwelche Probleme. Und da gibt es auch interessanterweise einen Transfer, der vor zwölf Tagen passiert ist. Scheinbar, das ist hier die Quelle. Ob die jetzt stimmt oder nicht, kann ich jetzt gerade nicht verifizieren. Ich will es trotzdem ins Video reinpacken, dass sie genau 3,9 Milliarden in UST von einem Wallet auf das andere vor zwölf Tagen verschoben haben. CC weiß das auch nicht seit gestern, dass das hier passiert mit dem DOJ und dass sie sich darauf einigen. Das passiert ja in einem Kommunikationsprozess über Tage hinweg. Das heißt, es kann sein, dass hier Funds verschickt wurden, aber 3,9, das ist auf jeden Fall mehr Geld, als sie selber haben. Also ob hier Nutzerfunds auch erstmal verschoben wurden und gesagt wurde, hey, wir zahlen das jetzt schnell und verkaufen dann im Nachhinein BNB oder Bitcoin, das kann euch an dieser Stelle hier keiner sagen. Was gefährlich an der Situation ist, dass, wenn wir mal davon ausgehen, Best Case Szenario, Binance hat das Geld, ohne irgendwelche Nutzergelder zu verwenden. Sie treiben es auf oder CC macht irgendeine seine Wallets locker und zahlt es an das DOJ. Jetzt wäre das das Best Case Szenario. Er tritt zurück, hat er jetzt auch gesagt, er gesteht die Schuld ein. Binance lebt weiter unter Aufsicht von US. Die US hat sich das quasi einfach geschnappt. Was, wenn sie trotzdem nicht locker lassen? Jetzt denkt man, warum sollten sie nicht locker lassen? Die einigen sich, alles gut und dann ist alles im grünen Kasten. Da schauen wir mal rüber. Kraken. Ich habe es euch gesagt. Der Worst Case wäre, es passiert etwas ähnliches, wie Kraken. Denn Kraken hat bereits im vergangenen Jahr eine Klage von SEC gehabt und sich mit einem großen Millionen Dollar Betrag, natürlich Kraken deutlich kleiner als Binance, geeinigt. Da ging es glaube ich um das Thema Staking. Und trotzdem, obwohl Kraken sogar ein Unternehmen ist, was in Amerika sitzt und obwohl Kraken auch in Amerika mit der FinCEN beispielsweise registriert ist für gewisse andere Dienstleistungen und tatsächlich Lizenzen hat, er hat sogar selbst in Europa UK-Lizenzen hat, Dinge, die Binance nicht hatte, ist Kraken, nachdem sie bereits einmal in Vergangenheit Geld gezahlt haben, immer noch im Visier von Amerika. Und da fragt man sich dann, hat Amerika hier vor, die Kunden zu schützen? Ist hier vielleicht bei Kraken wirklich was Negatives im Busch in Sachen Kundengelder vermischt? Das möchte ich hier an der Stelle, ich kann es nicht wissen, ich kann es euch auch nicht sagen. Aber, oder, das ist die andere Alternative, ist das hier ein Angriff gezielt auf Kryptowährungen, auf diesen Sektor, der durchgeführt wird, jetzt kurz vor dem ETF-Approval, wo jeder sagt, der ETF kommt 100%, 100%, ist Coinbase vielleicht das nächste Target und sie wollen wirklich einfach nur dafür sorgen, behaupten zu können, einen Präzedenzfall zu schaffen und sagen, hey, wenn diese ganzen Assets, die auch auf Coinbase übrigens gelistet sind, tatsächlich als Wertpapiere eingestuft werden und wie kriegen sie das hin, das Ganze so zu forcieren? Naja, indem sie Klagen und Präzedenzfälle schaffen und Coinbase hat die gleichen Assets, dann ist das direkt ein Angriff darauf, zu sagen, hey, ihr nutzt Coinbase als Asset-Partner für euren Spot-ETF BlackRock? Ne, könnt ihr nicht, weil Coinbase hat keine Lizenz und hat illegale Wertpapiere auf ihrer Plattform. Das wäre quasi so die Spinne, die man dahingehend spinnen könnte. Ich kann es euch nicht sagen, keiner kann es euch sagen, aber ob das jetzt nur ein Angriff gegen Börsen sind, die jetzt hier was Negatives gemacht haben oder, und Kraken ist hier wirklich ein Übeltäter a la FTX und Binance genauso, oder ob das ein direkter Angriff an die Kryptolandschaft ist, das können wir zu diesem jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht sagen. Deshalb ist es aber enorm wichtig, wir haben hier viele Faktoren, ihr merkt es schon, diese 4 Milliarden sind nicht einfach mal so locker easy. Wenn sie Kryptoassets verkaufen, wird es auf jeden Fall einen Marktimpact haben und ob sie jetzt locker lassen, sehen wir am Beispiel von Kraken, das weiß noch keiner. Und wohlgemerkt, Binance ist zwar die größte Börse der Welt und ist wahrscheinlich der mächtigste Player im Kryptomarkt, aber wir haben noch ein Asset, was auch immer mal wieder in Probleme mit der US-Regierung gerät und das ist USDT. Ich will nicht sagen, dass USDT unsicher ist, ich halte selber Millionen von USDT, aber USDT mit 90 Milliarden Dollar Market Cap kann natürlich auch, selbst wenn Binance am Ende aus dem Visier gerät, klein gemacht wird, als nächstes ins Visier geraten, wenn die US-Regierung wirklich das Ziel verfolgt, diesen Markt klein zu treten, klein zu stampfen mit allen Mitteln, die sie hat. Das heißt, diese Alternative müssen wir uns immer im Kopf behalten und wenn es zu so etwas kommen würde, wenn wir so ein kataklysmisches Szenario hätten oder eben auch diesen Makro-Crash, den wir immer noch Mitte beziehungsweise Ende nächsten Jahres so prognostizieren, dann werden natürlich alle Assets zusammen runtercrashen. Da ist dann in so einem Crash die Korrelation, sei es der Dollar, sei es Gold, sei es Ethereum, der S&P 500 oder Staatsanleihen, der ist dann überall. Da gibt es keine Diversifizierung, natürlich im Kryptospace, wenn jetzt Binance offline geht oder irgendwas mit Tether passiert, wird jetzt den Staatsanleihen oder Gold nichts passieren, dann wird das alle Kryptowährungen betreffen in gleichem Ausmaß. Aber jetzt nochmal hier auf die Liquiditätsnarrative, wenn man dieses Makro-Crash-Szenario komplett außen vor lassen möchte und sagen möchte, hey, ihr seht, wir sind kurz wieder vor Allzeithoch, wir haben alles gecountert, es wird dieses Mal eine weiche Landung geben, dann wird man hier wahrscheinlich auf ein sehr, sehr kaltes und hartes Erwachen stoßen. Aber lass uns das hier doch mal abschließend beurteilen, bevor ich zu meiner persönlichen Kursprognose komme. Wie sieht es denn aus? Geht aktuell die Puste aus? Denn der Bitcoin, der konsolidiert aktuell so ein bisschen. Es gibt immer mal wieder diese Shakeouts. Auch hier haben wir das gesehen, dieser Shakeout und wieder ein Shakeout, was für mich erstmal ein klares Signal und das habe ich auch so im letzten Video gesagt, von Marktstärke ist. Aber der Bitcoin befindet sich hier innerhalb von unserer Range und wir befinden uns interessanterweise hier in so einem leichten Aufwärtstrend mit immer höheren Tiefs. Das muss man hier ganz klar so feststellen, was auch bullisch ist, muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. Aber ist die Liquidität denn da oder geht die Puste aus? Schauen wir uns das Ganze erstmal an. Hier, Crypto-Asset-Flow. Wir sehen, das Ganze ist hier runtergegangen von über 300 Millionen in der Woche vor vier Wochen. Jetzt auf unter 200 Millionen. Man sieht auf jeden Fall, der Trend lässt hier von den Institutionen in den traditionellen Anlageklassen nach. Ist nichtsdestotrotz etwas sehr, sehr Positives. Was trotzdem auch sehr, sehr positiv ist und das muss man hier ganz klar festhalten. Und wir waren einer, wahrscheinlich sogar der einzige Kanal im deutschsprachigen Raum, ihr könnt euch die Videos anschauen, in die Vergangenheit gehen, der diesen Chart sich angeschaut hat und gesagt, die Stablecoin-Marktkapitalisierung, solange die sich nicht nachhaltig wieder positiv flippt, wenn ihr euch noch erinnert an dieses Video, die wahren OGs, die werden sich ändern, solange das nicht nach oben geht, können wir nicht sagen, dass ein Bullenmarkt startet. Und wir müssen jetzt ganz klar sagen, das Ganze geht jetzt mittlerweile schon seit dem 1. Oktober nach oben. Wir sind bei ungefähr 4,3 Milliarden neuem Kapital Zufluss seit 51 Tagen. Das muss natürlich weiter so gehen und auch höher so gehen, damit wir einen langfristigen Trend erkennen können. Aber hier sieht es auch erstmal nicht schlecht aus. Schlecht würde es aussehen, wenn sich das Ganze hier wieder nach unten dreht und wir plötzlich merken, die Institutionen sind auch nicht mehr am Start. Aber die Institutionen sind am Start und die sind in allen Formen am Start. Wir haben immer noch 4 Milliarden Dollar in Open Interest nur über CME, über die Institutionen. Wir haben beim GBTC den Premium, der jetzt sich fast auslöscht, hier bei knapp minus 11, 12 Prozent beziehungsweise aktuell. Es ist ja kein Premium, aber damals habe ich auch in einem Video gesagt, der Bullenmarkt geht los, wenn das hier wieder auf die 0 Prozent kommt. Das ist jetzt über ein Jahr her, das ist super OG-Content, aber auch das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Woher kommt dieses Geld aktuell? Aus der Reverse Repo von Amerika. Das Ganze ist nicht nachhaltig, das muss man ganz klar so sagen. Und wenn wir uns den Altcoin-Markt anschauen, sehen wir, haben wir bisher auf jeden Fall noch keine Altcoin-Season gehabt. Also das hier hat nichts mit Altcoin-Season zu tun, auch wenn dieser Anstieg einen Anstieg in allen Altcoins bedeutet hat, wäre ein Ausbruch über diese Trendlinie und dann wirklich in diese 600 Milliarden Dollar Bereiche an Gesamtmarktkapitalisierung aller Altcoins. Das wäre dann wirklich die Altcoins, die sind also da. Also da sind wir auch noch weit von entfernt. Das muss man so ganz klar und nüchtern feststellen. Aber ich würde sagen, aktuell rein charttechnisch und das ist meine persönliche Ansicht und demnach verhalte ich mich, sieht es immer noch so aus, als würden wir unser Bullish 3 Target und Bullish 4 Target erreichen können. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt nicht hier einen Pullback kriegen können oder einen Shakeout in dem Sinne, bevor es in diese höheren Preisbereiche Richtung 42.000 Dollar geht. Ich kann mir das persönlich sehr, sehr gut vorstellen. Einfach aus dem Grund, wenn wir uns hier die Chartstruktur anschauen, dieser 35.000 Dollar Bereich, selbst wenn der nochmal berührt werden sollte und hier alle möglichen Positionen und übergehebelten Positionen rausgeschickt werden, würden wir strukturell uns nicht brechen, selbst bis 34.000 Dollar tatsächlich hin, wenn das hier so eine WIC wäre und das Ganze wieder hochkorrigiert. Aber es wäre auf jeden Fall eine große, gewaltige Menge an Hebel aus dem Markt gespielt. Und was wir aktuell hier erkennen können, seitdem wir uns hier oben bei 36.500 Dollar hin und her schwanken, wenn wir uns das Ganze nur auf diesem Chart anschauen, dann sieht es nur nach oben gehend aus. Aber wenn wir uns die Futures und die Spot-Daten anschauen, dann können wir eine Sache zumindest erkennen. Wir sehen hier einmal in Rot die CVD, also das Volumendelta von Spot und in Blau das Volumendelta insgesamt. Und ihr seht, dass das Spot-Volumendelta ungefähr hier seit den 38.000 Dollar, seitdem wir das das erste Mal durchbrochen haben, in einem kleinen Negativ-Trend ist. Also wir gehen hier seit ungefähr 1-2 Wochen runter, das heißt, es wird viel Spot verkauft, das heißt nicht und muss auch nicht zwangsläufig heißen, weil auch dieser Indikator kann nicht alles umfassen, dass hier nicht sehr, sehr viel Geld auch absorbiert wird über passive Trades. Aber wir können sehen, dass jedes Mal, wenn wir hier auf diesem Bereich hochgelaufen sind, direkt große Sell-Orders platziert wurden, was dann dazu geführt hat, dass der Markt hier wieder runterrejectet worden ist. Das heißt, wenn wir kurzfristig und das ist meine Meinung, entweder wir kriegen hier ein Szenario, in dem wir hier nochmal leicht hochlaufen, wieder in diesem gleichen Bereich hier, der ungefähr hier zwischen 37.600 Dollar und 37.900 Dollar liegt, wieder eine Rejection kriegen und dann wirklich runterrollen auf die 34.000, 35.000, wirklich alle nochmal hier rausnehmen an Hebel, alles, was ich hier nochmal aufgebaut habe, rausnehmen an Hebel, wirklich nochmal einen milliardenschweren Liquidity-Flush sehen und das Funding anfängt leicht negativ zu werden, dass dann wahrscheinlich hier dieser Aufwärtstrend wieder beginnen würde, wir dann das Bull-3-Target berühren und dann das Bull-4-Target erreichen. Wenn das nicht passieren sollte, glaube ich, wird es wahrscheinlich direkt nach oben gehen. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber auch ich kann euch nicht sagen, ob jetzt der Bullenmarkt direkt angefangen hat, auch ich kann euch nicht sagen, ob das dieser Moment ist, ich weiß es nicht, ich positioniere mich deshalb so, dass ich beides Capturen kann und da ist mein Plan aktuell ganz klar, ich bin ja immer noch in meinen Long-Position, ich habe ja meine Entries sehr, sehr weit unten gesetzt, ich habe es ja mit euch damals im Video kommuniziert, ich habe gesagt, hier bei 28.300 Dollar, sobald wir das flippen und confirm, gehe ich in meine Long-Position, seitdem skaliere ich dir die ganze Zeit hoch, ich habe es auf diesem YouTube-Kanal mit euch in jedem Schritt, inklusive auf Twitter, kommuniziert und deswegen kommuniziere ich jetzt auch weiter, wie sieht meine Swing-Position aus, die ist weiterhin Long, sollten wir runter crashen, auf 34.000, 35.000 werde ich jeden Dip bis ungefähr hier 34.200 Dollar zum Nachkaufen nutzen, hier würde sich bei mir Caution ergeben, hier würde ich anfangen, meine Stop-Losses zu layern, weil ich dann, wenn wir diesen Bereich nicht halten würden und hier nicht bouncen würden an Confirmation oder auch bereits hier an Marktschwäche in diesem 35.000er Bereich aufhalten würden, dann würde ich anfangen, hier meine Stop-Losses runter zu laddern, das heißt, in Profit aus meiner bereits profitablen Position rauszugehen und hier bei 32.000 Dollar, wenn es dann so weit kommen würde, dass wir hier angenommen, ich weiß, wir müssen jetzt hier viel in die Zukunft schauen, wir halten diesen Support hier nicht, brechen hier weiter runter, dann würde ich hier anfangen, sobald wir hier eine negative Confirmation kriegen, meine Short-Position aufzubauen. Das kann alles sehr, sehr schnell gehen, es kann auch gar nicht passieren und es kann auch in Zukunft nach einem Aufwärtstrend passieren, aber ich warne euch jetzt schon mal vor, ich bin darauf vorbereitet, selbst wenn wir abfallen, hier meine Profite mitzunehmen und direkt in eine Short-Position zu flippen, damit ich dann potenziell die Runterbewegung mitnehmen kann, aber ich will da nicht zu vorheilig handeln, deswegen bleibe ich hier in meiner Long-Position, bis ungefähr 35.200 Dollar zum Nachkaufen, zum Positionsvergrößern, sollten wir hier wirklich Schwäche an Momentum haben bei einer Korrektur, dann würde ich die Position anfangen hier aufzulösen, in einem Leather-Bereich drunter, sollte gar keine Korrektur kommen, sollte es jetzt hier wirklich einfach nur nach oben gehen, bin ich auch darauf vorbereitet, weil ich ja bereits in meiner Long-Position bin. So verhalte ich mich aktuell, ich habe aber auch bisher Profite schon mitnehmen können und wenn wir uns das Ganze aktuell anschauen, das Momentum lässt aktuell so ein bisschen nach, es sackt so ein bisschen ein, was nicht heißen kann, dass hier jetzt aber nicht gleich das nächste große Momentum nach oben geschossen kommt, vorangetrieben, vielleicht sogar durch die traditionellen Märkte, da ist jetzt die Korrelation gerade sehr sehr hoch zum S&P 500, zum Nasdaq, wenn da jetzt ein Push höher kommt in Sachen, oh die Fed, die hat jetzt aufgehört zu kürzen, was ich meine, die letzte Rallye wahrscheinlich vor dem Crash, plus der Dollar-Index weiter abfällt, der hat sich zwar jetzt bei 103 stabilisiert, aber wenn wir davon ausgehen, dass der weiter abfällt, die Korrelation weiterhin gut bleibt zum Makromarkt und dann die 13 Märkte auch einen weiteren Push nach oben hinlegen, dann halte ich dieses Szenario auch für möglich, dass wir Richtung 42 ohne eine Korrektur vorher laufen, ab da wird es aber wirklich kritisch, ich glaube, dieser 42k-Bereich ohne ein ETF-Approval können wir wahrscheinlich nicht einfach hier durchrasen, sondern werden dann spätestens hier mit der ersten größeren Korrektur auch eventuell sogar runter bis 35.000 Dollar rechnen müssen, das ist meine Einschätzung vom Markt aktuell, ich hoffe, das wieder hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch einen Mehrwert gegeben, jetzt meine Ankündigung von vorhin und zwar zwei Dinge, erstens, ich suche Moderatoren für meine Livestreams, ich möchte Livestreams auf diesem YouTube-Kanal starten, um euch zu bewerben, geht einfach auf meinen Twitter, geht über meinen Twitter auf das Twitter-Profil von Alphadurio, ist aber auch unten verlinkt in der Videoschreibung oder hier at alphadurio.net, ganz wichtig mit dem blauen Haken und schreibt einfach eine DM, dass ihr euch als Livestream-Moderator bewerben wollt, das ist erstmal kein bezahlter Job, sondern erstmal ehrenamtlich, wenn da sich eine Beziehung ergibt, die positiv ist, dann wird auf jeden Fall eine Bezahlung kommen und auch ein Involvement in andere Bereiche von meinen Unternehmungen, aber erstmal wird das vor allem im ersten Monat ausgetestet und das zweite ist Hoss Clips geht jetzt live, das ist meine Website, die ich für euch erstellt habe, denn ich möchte 100% aller YouTube-Einnahmen zurückgeben an die Person, die Kurzclips von meinen Inhalten erstellen und das ist jetzt quasi so der Soft-Launch, ihr könnt jetzt die Seite aufrufen www.hoss.video da seht ihr alle Regeln, ihr dürft nämlich jetzt Clips erstellen aus meinen YouTube-Videos, aus meinen Podcasts, wo auch immer ich mit meinem Gesicht zu sehen bin und ihr könnt diese Clips hochladen auf allen Kurzclips-Plattformen, Instagram, TikTok und YouTube, hier steht gerade Twitter, aber das ist inkorrekt, das ändere ich gleich nach dem Video und wenn ihr dann eine gewisse Klickschwelle erreicht, die aktuell bei 100.000 Aufrufen liegt, dann qualifiziert euch für den Gewinntopf, der 100% aller AdSense-Einnahmen ausmacht, da wird es dann einen kleinen Gewinner-Gewinntopf und einen großen Gewinner-Gewinntopf geben, das heißt Videos, die 500.000 Klicks erreichen, die qualifizieren sich dann sogar für den größeren Gewinntopf, ähnlich wie bei meinem Podcast Hoss und Hopf, nur mit zwei Gewinntopfen, nicht nur mit einem größeren Gewinner, wie man da teilnimmt, geht einfach hier auf der Seite auf Teilnehmen, da stehen die ganzen Regeln, ganz wichtig, die müssen alle befolgt werden, wie das Ganze funktioniert, wann die Auflösung stattfindet und es wird auch ein paar Ressourcen geben, die ihr verwenden könnt, damit ihr eure Clips verbessern könnt, aber das Ganze startet offiziell am 1. Dezember, aber ihr könnt jetzt schon Videos hochladen, die werden auch direkt mitgezählt für den Pool, aufgelöst, die erste Auflösung gibt es dann aber Ende Dezember, das heißt Januar, neuen Jahres und der Pool wird auch bis dahin weiterhin wachsen durch unsere AdSense-Einnahmen, hier könnt ihr die Videos dann auch einreichen, die werden dann danach in die Rangliste eingetragen, hier sind gerade einfach nur Fake-Namen, weil wir das Ganze ausprobiert haben und das Ganze wird so jeden Monat laufen, wenn es gut läuft, mehr mit mehr Kapital, dann werde ich vielleicht auch den Pool, den einen oder anderen Monat aus meinem eigenen Geld verdoppeln, da kann wirklich jeder daran teilnehmen, ihr müsst natürlich die Regeln befolgen und ich werde natürlich nochmal, wenn wir näher an den Launch vom 1. Dezember kommen, nochmal ausführlicher am Anfang eines Videos darüber sprechen oder in einem Livestream eure Fragen dazu beantworten, aber ich glaube, es ist eine coole Art und Weise, wie jeder von euch Geld verdienen kann, wie ich etwas an euch zurückgeben kann und wie auch dieser Kanal hoffentlich noch ein bisschen mehr wachsen kann. Ich würde sagen Freunde, das war es vom Video, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lässt und ein Abo, falls ihr auf dem Kanal seid